The Voice of Germany, diese Koche sitzen 2018 am Buzza. Die Suche nach der besten Stimme Deutschlands geht in die nächste Runde. Im vergangenen Jahr hatte sich Natia Totua, 22, den Sieg mit ihrem Mentor Samu Haber, 42, geschnappt. Nach seinem Triumph kündigte der Sunrise Avenue Rocker im Mai überraschend seinen Rückzug an. Zuletzt wurde über die Jury-Konstellation für die achte Staffel spekuliert. Nach den vielen Gerüchten ist es nun offiziell, Michael Patrick Killü, 40, ist wirklich einer der Koches 2018. Diese Nachricht gab ProSieben vor wenigen Augenblicken bei der Programmpräsentation im Rahmen der Fernsehmesse Screen for Sedaus bekannt. Doch Paddy wird sich nicht alleine um die Talente kümmern, Yvonne Katterfeld, 38, Mark Forster, 34, und die Hälfte der Fantastischen Vier, Michi B. 50, und Smudo, 50, sind auch dieses Mal mit dabei. Die Dreharbeiten sollen in zwei Wochen starten. Die neuen Folgen dürften ab Herbst im Fernsehen zu sehen sein. Ob Xavier Naido, 46, Nenna, 58, Max Herre, 45, Silbermont-Freundfrau Stefanie Klos, 33, Andreas Burani, 34, Alec Völkel, 46, und Sascha Vollmer, 46, von Tebos Hoss, Reha Gavi, 45, oder die aktuelle Besetzung, seit dem Start im Jahr 2011 gab es schon viele wechselnde Teamchefs. Was sagt ihr zur Besetzung der achten Staffel? Stimmt in der Umfrage ab.